Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh Mann, ist das ein Wetterchen, Mensch! Könnte nicht die Sonne scheinen, wäre das viel schöner. Das ist ein Flugplatz und fliegen hängt vom schönen Wetter ab. Das kannst du nicht planen, nicht steuern. Unser Betrieb ist das Besondere, weil hier der Bräder noch zusätzlich die Flugleitung nebenbei mitmacht. Ach, und was war das jetzt eben noch für die Luftbeschöne? Ein Serra, ein Lima, ein Romeo und ein Fox. Serra ist ein Kammstück, Lima ist ein Schweineländer, Romeo ist ein Rostbeef und Foxtrot ist ein Rinderfilet. Das ist das internationale Funkalphabet. Die Piloten, die uns hier anfliegen, bestellen ihr Essen aus der Luft. Willkommen aus Luxemburg. Und die Küche ist einfach herrlich. Das war übrigens meine erste Wiese, wo ich gelobt bin. Ich bin vier Piloten, ja, die Mutter der Nation. Für die ist das wie nach Hause kommen. Ich habe mir da auch schon so viele Gedanken drüber gemacht. Aber im Endeffekt, ja, bin ich die Heimat für viele. Das hier, unser erster Abend auf Borkum, wo wir uns kennengelernt haben. Es ist halt schade, dass er halt so weit weg ist. Aber er ist immer dabei. Das ist schon gut, ja. So, vergeht die Zeit. Und das war eigentlich eine schöne Zeit mit diesen Menschen. Das Leben geht weiter, es bleibt nicht stehen, ne. Und deswegen, das hier oben ist meine Heimat. Danke, Helga. Danke, Helga. Ich bin ganz gut. Danke, Helga.